Habt ihr schon den passenden THG-Quotenanbieter für dieses Jahr gefunden? Noch nicht? Ja, dann habe ich vielleicht den passenden für euch. Und zwar die Firma e-Bonus aus Stuttgart. Schaut doch mal bitte jetzt dieses Video an. Ich habe heute euch ein kleines Tutorial gemacht, wie einfach das Ganze ist, einen Prämienantrag bei e-Bonus durchzuführen und habe auch in diesem Video einen Gast gleich hinten dran, dann entsprechend den Christoph von der Firma e-Bonus und der wird uns ein paar Fragen zur Firma beantworten. Viel Spaß in diesem Video. Gut, dann schauen wir uns mal die Seite von e-Bonus an und wie das Ganze mit der THG-Quotenabwicklung über e-Bonus funktioniert. Das ist nämlich wirklich gar nicht so kompliziert. Zuerst mal müsst ihr auf die Seite und da könnt ihr dann unter meinem Video, sind ja immer die Empfehlungsprogramme auch von e-Bonus, meinen Empfehlungslink dann entsprechend benutzen. Den kopiert ihr am besten, fügt ihn oben in eurem Browser ein und dann kommt ihr hier auf diese Seite. Wenn ihr das macht, bekomme ich natürlich auch was zurück und auch ihr könnt natürlich für e-Bonus, wenn ihr andere Freunde werben möchtet, hier euch wieder was zurückholen. So, jedes Jahr also könnt ihr hier einen THG-Quoten-Bonus beantragen, also eine Quote entsprechend. Wenn ihr wissen möchtet, wie das Ganze funktioniert, gibt es auch Erklärungen nochmal zu dem Thema THG-Quote. Ihr könnt auch was zum Unternehmen natürlich. Der e-Bonus gehen wir ja erfahren. Ansonsten könnt ihr hier schon auf der Hauptseite nochmal das Allerwichtigste sehen. Ihr bekommt 100 Euro entsprechend in Form anteilig einer Spende beziehungsweise eines auszahlungsfähigen Bonus oder ihr könnt auch alles komplett spenden. Auch das gibt es natürlich für alle, die sagen, okay, ich möchte mit dem, was ich ja mit der Verursachung durch Mineralölstoffe, durch die Treibhausgase, die dabei entstehen, was Gutes tun, könnt ihr auch soziale Projekte oder nachhaltige Projekte fördern. Wichtig ist, ihr bekommt einmal 5 Cent aktuell für öffentliche Ladestationen, also pro Kilowattstunde, wenn ihr Strom öffentlich abgeben möchtet. Da habt ihr die Möglichkeit, ihr bekommt 100 Euro fürs E-Auto oder auch für die zulassungspflichtigen Roller gibt es genauso viel, also auch jetzt noch 100 Euro für einen E-Roller, also alles, was schneller in 45 kmh ist und entsprechend ein großes Nummernschild, kann man sagen, dann hat. Dann auch natürlich für die Nutzfahrzeuge gibt es in verschiedenen Klassen verschiedene Prämien dann entsprechend oder Bonis dann entsprechend ausgelobt und auch für die Busse. So, das war es dann soweit. Hier, wie gesagt, könnt ihr auch noch ein bisschen was zum Unternehmen erfahren oder wie das abläuft, aber das sehen wir uns jetzt gleich im nächsten Schritt an. Es ist nämlich wirklich kinderleicht. Wenn wir dann unsere Prämie beantragen möchten, dann klicken wir hier auf Jetzt E-Bonus sichern. So, und das Erste, was wir natürlich machen müssen, wie überall auf einer neuen Seite oder Webplattform, wir müssen uns bei dem jeweiligen Anbieter, also auch hier bei E-Bonus, registrieren mit einem Konto, mit einem Account. So, ich habe jetzt hier mal was eingegeben, gehe auf Registrieren und bekomme jetzt per E-Mail natürlich, wie ihr auch beim ersten Mal einen Verifizierungscode oder Verifikationscode zugesendet. So, haben wir den Code bekommen, könnt ihr dann reinkopfieren und eingeben dann. Und dann seht ihr im Prinzip auf der ersten Zeit natürlich noch nichts. Ihr müsst erst mal eure Kontodaten bearbeiten hier, dass man euch auch kennt. Das heißt, ihr müsst euch angeben, Privat oder Unternehmen. Ich würde jetzt das einfach mal so weit ausfüllen. So, meine E-Mail-Adresse ist ja dann entsprechend oder eure dann hinterlegt. Ich gebe jetzt hier noch meine Adressdaten ein, Kontoverbindungen, IBAN und so weiter. Und dann, was ganz wichtig ist natürlich, möchtet ihr den vollen E-Bonus haben oder möchtet ihr, dass er anteilig entsprechend euch ausgezahlt wird und gleichzeitig aber auch wieder ein Teil gespendet wird an ein ausgewähltes Impact-Projekt oder möchtet ihr auch komplett den E-Bonus als Impact-Prämie komplett spenden für eine nachhaltige Sache. Ihr könnt hier dann entsprechend auch auswählen, zum Beispiel Atmosphere oder den Verkehrsclub Deutschland oder Stiftung Aktion Hilfe für Kinder. Also, wie gesagt, da könnt ihr dann euch was entsprechend aussuchen, was ihr dann als Spendenorganisation nutzen möchtet und geht dann auf Account anlegen. Anlegen und das mache ich jetzt auch gleich mal. So, dieser Schritt ist also auch erledigt. Wir sind dann entsprechend mit unseren Daten angelegt. Jetzt seht ihr oben euren Namen dann. Ja, und was fehlt jetzt natürlich noch? Unser Fahrzeug. Das heißt, hier könnt ihr dann auch auf der linken Seite nochmal Kontakt anwählen. Ihr könnt nochmal Freunde mit einem eigenen Empfehlungscode entsprechend auch nutzen. Die Benefits zum Beispiel könnt ihr auch mal gucken. Da könnt ihr auch auf Partnerunternehmen dann nochmal gehen. Also, auch sowas gibt es hier. Ja, und dann könnt ihr natürlich das Konto wieder löschen, wenn ihr sagt irgendwann mal, okay, ich möchte jetzt keinen Bonus mehr beantragen, weil ich habe auch kein Fahrzeug mehr. Ja, genau. Also, und wichtig ist natürlich, wir brauchen jetzt ein Fahrzeug. Wie geht das Ganze natürlich? Wir geben erstmal uns als Inhaber des Fahrzeugs an oder wenn es halt ein anderer ist, dann entsprechend den anderen. Aber am besten ist natürlich, wenn ihr selber das Ganze macht, dann passt das auch mit dem Zugang, mit dem Account alles zusammen. Und dann gebt ihr hier das Fahrzeug ein. Das heißt, ihr habt ja euren Fahrzeugschein und in dem Fahrzeugstein im Feld C.1.1 der Zulassungsbescheidigung, da seht ihr auch, wer eingetragen ist. Und das gebe ich dann entsprechend ein. Das ist also auf jeden Fall mein Name. So, und dann natürlich noch die Zulassung des Fahrzeugs. Da könnt ihr dann immer im Fahrzeugschein natürlich nochmal nachschauen. So, getan. Also, bei mir ist jetzt also das Datum ausgefüllt. Das war also jetzt letztes Jahr die Zulassung auf unseren Atom 3. Der läuft auf mich. 13.12.23 war ja ganz kurz knapp vor Ende der Prämie. Da haben wir unser Fahrzeug zugelassen. Jetzt muss ich doch aus dem Feld E, die Zulassungsbescheinigung der Zulassungsbescheinigung, also des Fahrzeugscheins auch umgangssprachlich, die Fahrgestellnummer oder Fahrzeugidentifikationsnummer eintragen. Dann habt ihr ein Feld, das Feld 10. Da gebt ihr bitte auch die Antriebsart, also die Kodifizierung ein, sowie die Fahrzeugklasse. In der Regel ist es beim E-Auto M1, also aus dem Mikro-Kar, die sogenannten Mikro-Kars, die sind nicht zuschussfähig. Deswegen schaut dann nochmal bitte im Schein da nochmal nach. Und ja, wenn das ganz normale PKW-Klasse ist, ihr habt das eingegeben, dann müssen wir jetzt noch hier das Ganze betätigen. Gehen bei mir jetzt zum Beispiel auf die Suche. Ich habe hier das Ganze schon mal gekopiert oder eingescannt und habe hier diese Vorderseite und kann die hier dann entsprechend einfügen. Das ist dann hier drauf und dann kann ich dann entweder noch eine weitere Datei hochladen, wenn das auf mehreren Dateien ist. Wichtig ist eigentlich nur die Vorderseite, wo man die Fahrzeugdaten mit euren Daten gut lesen kann. Und dann gehe ich auf Fahrzeug anlegen. So, wenn ihr auf Anlegen geklickt habt, ja, dann ist euer Fahrzeug angelegt und dann habt ihr ja hier das Fahrzeug nochmal in der Anzeige. Das heißt, hier könnt ihr auch nochmal das Ganze bearbeiten oder noch ein zweites Fahrzeug hinzufügen. Das Gute ist, weil ihr jetzt den Fahrzeugschein auch in Kopie schon hochgeladen habt, habt ihr im Prinzip das sehr einfach abgewickelt. Das heißt, ihr müsst jetzt nichts mehr tun. Also das ist jetzt auch wirklich soweit alles und wir sind damit schon auch am Ende. Wie gesagt, jetzt heißt es nur warten. Immer zum 15. des Monats, glaube ich, werden die Fahrzeuganträge dann übertragen an das Umweltbundesamt. Die prüfen das natürlich auch, dass das zusammenpasst mit den Fahrzeugdaten. Das wird einfach automatisiert oder wahrscheinlich auch nochmal gesichtet von dem einen Mitarbeiter, der einen oder anderen Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, der das halt einfach nochmal kurz drüber schaut. Aber das war es dann auch schon. Und dann müsst ihr halt warten, bis eure Auszahlungsphase kommt. Ja, und soweit zum Prozess. Ich finde, das ist eine sehr, sehr einfache Sache. Oder? Was denkt ihr? So, hallo Christoph. Hallo Daniel. Schön, dass du heute auch im Video hier mit teilnimmst und einige Fragen für einige Fragen hier zur Verfügung stehst. Ich habe mir gedacht, vielleicht, dass du mal meinen Zuschauerinnen und Zuschauern auch ein bisschen zu dir und deiner Funktion oder auch E-Bonus, der E-Bonus GmbH, auch ein bisschen was erzählen könntest. Vielleicht gerade mal vornweg zu dir. Was hast du für eine Funktion und genau, wer bist du genau? Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Genau, Christoph Vürzel, mein Name. Ich bin einer der Gründer von E-Bonus. Wir haben E-Bonus Anfang 2022 gegründet, als es mit der THG-Quote aufgekommen ist. Und uns war von Anfang an eigentlich immer vor allem zwei Dinge wichtig. Zum einen, dass möglichst viel von der THG-Quote auch beim Endkunde ankommt, also beim Elektromobilität-Halter oder Ladestationsbetreiber. Und dass man aber auch gleichzeitig noch was Gutes damit tut. Und genau, das waren so die Kernziele von E-Bonus. So sind wir gestartet. Du bist da also Gründer und ja, mit in der Geschäftsführung drin. Korrekt, genau. Also ich bin hauptsächlich viel für die Spendenkooperation zuständig, für größere Firmenkunden, kümmere mich aber auch noch um die, sage ich mal, ja, Privatkunden in Mails beantworten. Das liegt auch noch alles teilweise, zumindest bei mir nicht komplett. Genau, aber wenn irgendwelche Fragen sind, kommt es öfters mal vor, dass dann auch mein Name noch drunter steht. Genau, auf den Schreibtisch, dann kommt es dann bei dir. Genau, E-Bonus ist also ein sogenannter THG-Quotenvermarkter, könnte man sagen. Was aber genau bedeutet das Ganze? THG-Quotenvermarktung für alle, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die es jetzt nicht so kennen. Was bedeutet das Thema? Genau, also man kann die THG-Quote beantragen, man ja beim Umweltbundesamt. Früher konnte man oder im ersten Jahr konnte man tatsächlich noch als alleinige Person die THG-Quote beantragen. Und im Anschluss bekommt man eben Bescheid, wo draufsteht, okay, die THG-Quote wurde genehmigt, sage ich mal, jetzt ganz vereinfacht gesagt. Und das kann man dann vermarkten an Mineralölunternehmen, die diese THG-Quote einhalten müssen. Und was macht jetzt ein Pooling-Dienstleister wie wir oder ein THG-Quotenanbieter wie wir? Wir poolen das oder sammeln von ganz vielen Fahrzeugen, Firmen, Stadtwerken, die Quoten melden die beim Umweltbundesamt an und vermarkten sie dann. Das hat einfach der Vorteil, zum einen, weil es jetzt gar nicht mehr geht, dass man nur noch eine Quote anmelden kann. Zum anderen bekommt man sie gar nicht verkauft. Und je größer die Menge ist, die man da irgendwie dann auch vermarkten kann, desto bessere Preise kann man erzielen. Und deswegen lohnt sich auf jeden Fall dieser Umweg über den Anbieter wie uns zu machen, zumal man dann auch einfach gar keinen Stress hat mit Beantragung beim Umweltbundesamt und dann die Kommunikation und damit, genau. Das macht man an Beto. Gut, zur Antragstellung. Ich habe jetzt im Vorfeld was gemacht, sage ich gleich was. Aber vornweg so E-Bonus ist es also, wie gesagt, ein Anbieter, der das macht. Also das heißt, wo man jetzt dieses Zertifikat oder diesen Zertifikatehandel im Prinzip ja mit teilnimmt, kann man sagen, diese Vermarktung. Was ist aber bei euch bei E-Bonus eigentlich anders da eigentlich im Vergleich zu den anderen Anbietern, die man so auf dem Markt hat? Was ist so euer, ich sage jetzt mal, Alleinstellungsmerkmal oder wo stecht ihr ein bisschen hervor gegenüber den anderen? Ja, genau. Also bei uns steht ja im Logo auch garantiert, fair, sozial, garantiert deswegen, weil wir keine bis zu Preise haben. Wenn der eine oder andere sich das, ja mal die verschiedenen Anbieter mal angeschaut hat, werben viele mit sehr hohen Preisen, wo dann dran steht bis zu. Bei uns ist eben immer garantiert. Das heißt, der Kunde weiß genau, was er am Ende auch ausbezahlt bekommt. Das sind bei uns jetzt in diesem Jahr 100 Euro pro PKW und auf diese 100 Euro, sofern das Fahrzeug natürlich auch dann vom Bundesamt genehmigt wird und nicht vorher irgendwie beantragt wurde, zahlen wir das auch aus. Das ist bei uns genehmigt, äh garantiert und fair einfach deswegen, weil wir immer nur Jahresverträge anbieten auf das Verpflichtungsjahr. Das heißt, bei uns gibt es keine automatische Vertragsverlängerung, wenn man sich irgendwie nicht, ähm, zurückgemeldet hat, sondern jeder der Kunde muss sich jedes Jahr neu, ähm, bewusst für uns entscheiden, ähm, genau, weil wir einfach sagen, der Kunde soll selber entscheiden und soll da nicht irgendwie in eine Falletappe, weil er irgendwie das vergessen hat, äh, sich da abzumelden oder sonst wie. Der Kunde muss sich immer neu entscheiden und als dritter Punkt eben noch, wir spenden 10% von unserem Gewinn, äh, an verschiedene Organisationen, ähm, soziale Organisationen im Bereich Klimaschutz, Verkehrswende und Soziales und, ähm, bieten eben unseren Kunden auch die Möglichkeit an, einen Teil oder sogar komplett, ähm, 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 von der THG-Gruppe zu spenden und wir legen da auch immer noch was drauf, wenn der Kunde sich dafür entscheidet. Ich glaube, die drei Punkte sind so die, ähm, Hauptkriterien für, für uns und, ähm, tatsächlich liegen wir auch bei der Auszahlungshöhe immer eigentlich, ähm, unter den besten Anbietern, genau. Ja, also finde ich auch, also klar, es gibt immer natürlich einige, die sagen, ja, jetzt kriegst du so und so viel, ähm, garantiert und dann vielleicht aber auch mehr, ne? Das ist dann nämlich ein bisschen unsicher im ersten Moment, ähm, von der Seite finde ich das Thema garantiert wichtig und ihr bietet ja auch, ähm, habe ich, ähm, auch, äh, schon gesehen, äh, und auch vielleicht einige von den Zuschauern jetzt im, im Vorfeld, ähm, als ich das mal jetzt gezeigt habe, wie das geht mit der Antragstellung, ihr bietet ja auch für Roller, ähm, für, für, äh, LKWs, Ladestationen, Busse, bietet ja auch, äh, die THG-Quoten, äh, Vermarktung auch an und ich denke, das sind alles faire oder Preise, wenn man sich da ein bisschen auskennt und auch mal vergleicht und deswegen, das garantiert finde ich auf jeden Fall super, äh, fair finde ich jetzt auch ganz wichtig, vielleicht gerade, wenn man oftmals ein Leasingfahrzeug hat, ne, das wird ja nicht automatisch dann ins nächste Jahr immer übernommen und dann, ja, klar, steht man dann da, ärgert sich vielleicht, weil das automatisiert alles läuft, ähm, da kann man es dann selber anstoßen oder ist auch frei, ne, auch das Thema, ne, vielleicht will man doch irgendwo auf einen anderen Anbieter gehen, äh, und, und auch sozial finde ich eine super Sache, dass er automatisch schon, äh, äh, was für, äh, für einen, für einen fairen Bereich macht, das ist jetzt nicht viel, jetzt, äh, ich glaube, 10 Euro oder was es sind? 10 Prozent, genau. Oder 10 Prozent, genau, ähm, was, was da da reinsteckt dann und, äh, ansonsten, jeder kann ja mehr machen und dann auch seine komplette Prämie dann als Impact-Prämie dann für einen sozialen, äh, Zweck oder für einen nachhaltigen Zweck auch, können, können alle Zuschauerinnen und Zuschauer ja auch das Ganze komplett dann, äh, nutzen. So, wie gesagt, die Antragstellung ist eigentlich sehr einfach, ich habe, ähm, am Anfang vom Video das schon gezeigt, ähm, deswegen, äh, von der Seite, ich denke, da wird niemand sagen, das ist sehr kompliziert gewesen, ähm, von der Seite, ähm, jetzt aber mal die Frage an sich, die, äh, ja, diese THG-Quote ist ja in den vergangenen Jahren, also gibt es ja jetzt schon eine Weile, die ist aber auch schon höher gewesen und jetzt hat man immer so einen Abwärtstrend gesehen, ja, gibt es da auch so eine Meinung von dir, wo es, wo es von der Richtung hierher geht, bleibt es jetzt so bei circa 100 Euro als Beispiel jetzt gerade bei euch oder ähm, da gehst du davon aus, es wird auch wieder höher oder weniger, ne? Ähm, ja, also tatsächlich in diesem Jahr, ähm, sieht es, äh, nicht sehr rosig aus, sagen wir es mal so, ähm, der Preis, äh, sieht eher fallend aus, ähm, wir liegen aktuell, wenn man es, wenn man jetzt die, die Quote verkaufen würde bei, ja, sag ich mal, zwischen 65 und 70 Euro, ähm, und da ist noch keine, sag ich mal, ähm, Provision für den Anbieter abgezogen, ähm, dementsprechend wird es in diesem Jahr auf diesem niedrigen Niveau dann auch bleiben, ähm, eher kann ich mir auch vorstellen, auf die 50 Euro irgendwie runterfallen, ähm, im kommenden Jahr wird sich dann, wird sich dann zeigen, wohin die Reise geht, wir hoffen natürlich, dass es, äh, wieder ein bisschen hoch geht, ähm, durch die ein oder andere Erfüllungsoption, die dann vielleicht auch wegfällt, äh, könnte es sein, dass es wieder ein bisschen nach oben geht, aber, ähm, tatsächlich, ähm, wissen tut es keiner, ähm, ähm, müssen wir uns selber überraschen lassen, und, genau. Also kann ich dann alle Zuschauerinnen und Zuschauer ja sagen, jetzt am besten noch schnell, äh, die Prämie beantragen, ähm, am besten über meinen Empfehlungslink, könnte ich jetzt sagen, äh, es gibt ja auch die Möglichkeit, auch andere können ja die, ähm, Ähm, Empfehlung, so wie ich das jetzt mache, auch nutzen, kriegen dann ja auch was für Freunde und Bekannte, äh, aber, wie gesagt, man sollte nicht zu lange warten, so höre ich das auf jeden Fall raus, ähm, ja, gut, wir werden sehen, wo die Reise genau hingeht, ähm, habt ihr eigentlich bei E-Bundes dann noch so abschließend, gerade noch so die Frage, auch Ziele, oder gibt es dann noch Veränderungen bei euch, bleibt es so, so wie ihr jetzt aufgestellt seid? Ähm, wir wollen auch Richtung Elektromobilitätsberatung gehen, sind da so gerade ein bisschen am Aufbau, ähm, wie wir das umsetzen können für uns, ähm, sowohl für Privatpersonen, aber auch für Firmen, äh, Stadtwirke oder Kommunen, ähm, genau. Also, wie das dann am Ende letztlich aussehen wird, das wird sich zeigen, will ich jetzt auch noch nicht so viel verraten, aber, ähm, wir sind auf jeden Fall am Plan und, ähm, genau, dann schauen wir mal, was, wann und wie genau es am Ende aussehen wird. Super, wunderbar, also, wie gesagt, ich bin ja da ganz bei euch da, was das Thema Beratung betrifft, und ich hoffe natürlich auch für mich wie für euch natürlich, dass das, äh, klappt, also drücke euch da die Daumen, äh, sag auf jeden Fall hier Dankeschön für das schöne, knappe Interview, so relativ schön improvisiert im Laufe des Tages, ähm, ähm, auch egal, wann die Zuschauer das ja sehen, das ist ja immer auch, das muss ja auch irgendwie passen, schön, dass du die Zeit gefunden hast, vielen Dank, und wie gesagt, ich drücke euch die Daumen, dass das alles so passt, die nächsten Monate oder auch Jahre, und vielleicht geht's ja auch wieder hoch mit der Prämie, und da würden wir uns wahrscheinlich alle sehr freuen. Vielen Dank, Christoph, und ja, noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank, äh, dir, Daniel, auch einen schönen Tag, und, ähm, an die Zuschauer und Zuschauerinnen, falls jemand irgendwie eine Frage hat, ähm, wir haben auch ein Kontaktformular auf unserer Webseite, da kann er sich jederzeit, äh, melden, wenn er eine Frage hat, genau. Super, alles klar, Dankeschön, Christoph, bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Ja, also, ihr habt den Christoph gehört, nicht zu lange am besten warten, es kann sein, tendenziell für 2024 geht sogar noch bei vielen Anbietern runter, deswegen mein Vorschlag auch, nutzt doch am besten, ihr habt's ja gesehen, es ist kinderleicht, ähm, die Eingabe bei E-Bonus euch anzulegen, zu registrieren und dann auch, äh, äh, eure, ähm, euren Fahrzeugbonus als Beispiel, äh, einzugeben. Alle anderen Sachen, wie zum Beispiel auch für Ladestationen, da sprecht ihr einfach über das Kontaktformular am besten die Firma E-Bonus direkt an. Wie gesagt, wenn ihr ein Auto habt und möchtet, äh, hier den Bonus eingeben oder ein Fahrzeug, dann nutzt einfach am besten unter dem Video den Empfehlungscode oder den Empfehlungslink, besser gesagt, von mir, dann tut er auch mir an der Kleinigkeit auch Gutes dann entsprechend, würde mich natürlich deswegen auch freuen. Ähm, ja, ansonsten könnt ihr auch unter das Video gern, äh, euer Feedback, ähm, abgeben dann entsprechend oder hinterlassen, ähm, ähm, einfach mal schreiben, wie lief's bei euch mit der Quote für 2 oder 24, gerade wenn ihr jetzt schon eure Prämie abgegeben habt, war das einfach, war das kompliziert, habt ihr schon was bekommen? Warum? Wahrscheinlich noch nicht, aber das wird im Laufe des Jahres ja entsprechend dann stattfinden. Wie gesagt, schreibt da gern rein, lasst mir einen Daumen da und schaut auch gern wieder das nächste Mal wieder bei mir am Kanal rein. Würde mich freuen, euer Daniel. Bis dann. Ciao, ciao.